Hey Sportsfreunde, was geht ab? Wir sind heute in Düsseldorf. Wir schauen heute Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig, Freunde. Haut jetzt schon mal euren Tipp um die Kommentare raus. Freunde, es supportet kein Wort. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wenn wir mehr solcher Stadion-Vlogs machen sollen, checkt auf jeden Fall das letzte Video ab. Dort waren wir in Leverkusen und haben das Spiel gegen Lappbach verfolgt. Freunde, ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Checkt auf jeden Fall noch die anderen ab. Bis zum nächsten Mal. Mit der 20, Dane. Die 22, Kierlin. Mit der 23, Nico. Die 25, Matthias. Die 33, Taka. Und die 24, Mochi. Die 24, Taka. 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 Die 25, 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 Taka. Das gibt's doch nicht, Alter! Zweite Minute, Junge! Das gibt's doch nicht, Alter! Zweite Minute, Junge! Was machst du denn da? Leute, Zaubertfehler! Zeiten und gute Rennsing, Junge! Was zum Teufel! Aber das war doch so ein Eierding, Junge! Unfassbar, Freunde! Unfassbar! Von vor der Saison hat der Funke noch gesagt, wir entscheiden uns neu, ob der dabei ist oder nicht. Zweites Spiel in der Rückrunde direkt. Brumms! Was ist denn los, Mann? Abdeiz! Abdeiz, Junge! Hört mal die Fahne da! Stark gemacht! Was ist denn da los? Was ist denn da los, Alter? Wie geht denn in der Dusch? Konrad wird von der Mittellinie! Boah, da können wir wieder hinten schweißen! Leute, kann's nicht verstehen! Reicht keiner an! Und der Typ bleibt durch! Konaté, 2-0! Na, neun Minuten haben wir hier Spiel, besteht schon 2-0 Leipzig, Freunde! Konaté, der Innenverteiler geht da durch, legigstätten Kot! Also, als wären die Düsseldorfer einfach nur Stahlungssache! Wahnsinn! Schau mal, guck mal, guck mal schnell jetzt! Der Werner, guck mal der Werner! Das gibt's doch nicht, Alter! Ja, 60. Minute! 3-0! 3-0! 3-0! Jetzt aber! Erst einmal! Halt die Pille noch! Halt die Pille noch! Halt die Pille noch! Zweiter, Zweiter, Zweiter! Ja! Oh! Ganzer Anruf, Freunde! Endlich! Endlich! Endlich mal! Komm! Applaus! Richtiger Hulige! So, Freunde, Halbzeit-Fazit. Ja, ganz einfach. Bevor wir jetzt mal lange rumschnacken. Düsseldorf war gar nicht stattgefunden in der ersten Halbzeit. Es gab halt frühe Führung von Leipzig, danach kam nichts mehr. Aber gar keine Chance zu tun, da muss ich sagen. Es tut mir richtig leid. Aber, naja, Freunde, wir wollen hoffen, dass er 2. Halbzeit viel mehr von der Fortuna kommt, Freunde. Also, weiter! Hashtag Daumen drücken! Ja! Schön! Jetzt aber! Jetzt aber! Komm! Oh, Luca Magno! Ja! Oh! Scheiße, Alter, da ruht mich, Mann! Zieh doch rein, dann! Was ist das da? Oh, Lunge! Das ist geblank! Boah! Aber sehr gut! Ey, was für ein Fehlpass! Aber wo war denn der Verteidiger? Hey! Aber wo war denn der Verteidiger, bitte? Guck mal, der Verteidiger! Der hat ja einen Fehlpass gemacht! Auf jeden Fall, musst du eigentlich schon sagen, ne? Spiel, der spielt, ist einfach ein Corona-Tree. Jetzt aber! Komm! Komm, Felix! Ja, moin! Was war das? Ich glaube, die Prothese fliegt doch weg da! Oh! 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 Was für eine Annahme! Nee, aber genau das ist eigentlich... Kann das eigentlich sein... Was für eine Flanke? Kann das eigentlich sein, dass Duxch die Ecken spielt? Stimmt! Für große... Allein deswegen... Oh! Könnte ich dann wieder ausrasten, ne? Rein taktisch total bescheuert! Duxch, der an der Ecke steht, weißt du, einer der größten Spieler! Junge, Junge, Junge! Kein Abseits, kein Abseits, kein Abseits! Der war nicht Abseits! Der war nicht Abseits! Der war nicht Abseits! Oh! 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 Mit deinem Holzgub! Der ist toll, das ist jetzt gedicht! Wie dum ist der denn? Was macht denn deine Wachtung, der Leipziger? Endlich ist das Spiel vorbei, Freunde! Der zweite Halbzeit hat nichts los! So, Freunde! Das Spiel ist aus! Das ging nach hinten los für die Fortuna! 4-0 am Ende verloren! Ja! Und wir sind jetzt hier in den Katakomben, essen jetzt noch ein bisschen was und trinken noch was! Freunde! Das war's eigentlich schon irgendwie! Es gibt nicht viel zu sagen von Fortuna! Leider täuschen! Von Fortuna kam nicht viel! Das muss man einfach so sagen! Am Ende hätte es noch höher ausgehen können! Definitiv! Aber Freunde, so ist es im Fußball, munterputzen, weitermachen! Fortuna hat jetzt viermal nacheinander gewonnen! Also vor diesem Spiel! Genau! Einmal verloren! Es war zwar 0-4! Klares Ergebnis! Aber Freunde! So ist es im Fußball! Da musst du einfach durch! Da musst du weitermachen! So Freunde! Wir hoffen, dass das Video euch gefallen hat! Wenn ihr lasst ein Like, dann lasst ein Abo da! Denn die Sportsball, die sind für euch das nächste Mal wieder im Stadion! Und natürlich auch andersweitig unterwegs! Alles rund um Sport hier auf diesem Kanal! Vielen Dank fürs Zuschauen! Vielen Dank fürs Liken! Vielen Dank fürs Kommentieren! Wenn ihr das Spiel anders gesehen habt, haut es gerne als Feedback unten in die Kommentare! Sehr gerne! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!